Ash und ich tausche heute eine Stunde lang unsere Handys und ich glaube, es wird richtig krass, ich habe richtig Angst vor dem Video. Let's go. Und jetzt werde ich Code ändern. Chris, die ersten sechs Zahlen, die einfallen. Vier, neun. Sorry, Baby. Ja! Und damit willkommen zu diesem neuen Video. Erster Schritt heute. Ich muss erstmal Ash überreden, dass ich sein Handy bekomme. Niemand darf sein Handy anschauen. Deswegen, ich probiere es trotzdem. Irgendwie schaffe ich es. Mama, denkst du, ich kriege sein Handy für eine Stunde? Äh, ich glaube nicht. Also, mit Zugang, richtig? Also, dass du da überall stöbern kannst? Ja. Ne. Ey, na, was geht ab? Na? Ey, ich habe eine ganz große Frage, ne? Also wirklich, sag einfach vorher ja, okay? Warte kurz. Hast du? Da hat die Geltung, der hat eine Airpods drin! Also, ich habe eine ganz große Frage. Sag vorher mal kurz ja. Ja. Darf ich dein Handy haben für eine Stunde? Nein. Was, was du hast Kaffee getrunken, Max? Warte, komm ich nicht zu mir. Was muss ich machen, damit ich da hinten bekomme für eine Stunde? Äh, geht mir da jetzt. Mehr nicht? Nö, mehr nicht. Dann will ich auch mal lesen bei euch. Was? Wenn ihr bei euch gegenseitig lesen dürft. Für eine Stunde? Sieht dann ehrlich gleich aus, ne? Schreibt mir in die Kommentare. Links meins oder rechts eins? Ja, das ist die Frage, ne? Also, kriegst du ein Handy jetzt? Nein, herrlich hier. Okay, warte. Ich gebe dir eine Stunde mein Handy. Ich kriege eine Stunde dein Handy. Und du isst eine Chili. Was? Du isst eine Chili. Aber dafür kein Chili. Das dauert natürlich auch. Willst du mich? Das kriegst du mein Handy halt nicht so. Ist halt dein Problem da. Ich muss gerne Chili essen und 100 Euro ausgeben. Ja. Wo ist die Chili? Hol mir her. Ich möchte auch den Chili gegessen. Das war so schlimm. Oh, wir haben eine Chili. Perfekt. Max? Ja. Du musst die essen wie den Paprika, ne? Also, richtig so. Hab ich auch gemacht. Also. Deswegen ist das abgewaschen. Nö, war meine auch nicht. Nicht schlecht. Und, kriegst du helft dein Handy? Ja. Hand drauf. Leute, wir haben einen Deal. Ich darf alles machen auf dein Handy. Jetzt los. Wir müssen auf die Rahmen. Mit dem Grünen. Alles. Ich kriege nicht, ich esse das Grünen nicht. Ich habe keinerlei Einschränkungen, wenn du sagst, mit deinem Pin. Und wenn ich den Pin, kriegst du nicht. Ich entsperre es dir einmal. Nein, ich muss dein Pin. Nein, nein. Nein, nein. Du kriegst... Mein Pin kriegst... Natürlich, Junge, ich habe hier 100 Euro ohne Chili. Ich entsperre jetzt einmal und dann kannst du alles gucken. Du gibst mir deinen Pin. Nein, den Pin kriegst du nicht. Doch. Kriegst du aber nicht. Warum nicht? Ich will deinen Pin haben. Kriegst du nicht. Was? Das fällt mir in die Richtung. Vielleicht kriegst du nicht. Kriegst du meinen Pin nicht. Ich kriege deinen Pin für 10 Euro am Top. Ja. Ich habe mich mit dem Kreuz jetzt. Drei. Zwo. Eins. Jetzt bist du verrückt. Ich habe es das gestern auch gemacht. Ja, du warst auch verrückt. Ja. Oh mein Gott. Scheiße. Ich habe jetzt eh gleich eine 20 Minuten lange Pause. Von daher. Ja, genau. 20,5 Stunden. Rot, schluck was für. Da läuft gleich rot an schon. Schluck rot an. Guck mal, Willi, wo dich anguckt. Hallo. Ich höre bloß ansterben. Ja. Das ist... Oh. Ich fühle das gerade richtig. Ich habe einen schlechten Deal gemacht. Ich fühle das gerade, ehrlich. Das war gestern genauso wie möglich. Max Wein. Du musst irgendwas nehmen jetzt für die Schärfe. Hallo, Willi, wo dich anguckt. Oh, süß. Das ist es nicht wert gewesen. Ich hätte mehr Zeit draus handeln sollen. Der Moment gerade so, dass das so unglaublich ist. Das lohnt sich gerade gar nicht für eine Stunde dein Handy bekommen. Gib mir die 100... Kann ich die 100 Euro wieder haben? Nein. Wo ist dein Handy? Ich würde sagen, die Stunde kann starten. Okay. Das ist mein Handy und ich habe jetzt ein Handy. Let's go. Eine Stunde. Sag mir kurz. Dein Ernst? Ja. Ernsthaft? Ja. Das ist dein Pin? Drei, zwei, eins und es geht los. Wie lange dauert es? Was hast du? Eine Stunde? Du gehst jetzt in dein Zimmer, hau rein. Mama, komm, hol es mit hoch. Ich habe direkt einen Plan, was ich machen möchte. Du darfst aber... Du solltest nicht wissen, was ich mache. Okay, Mama. Junge, er hat mir sein Handy mit 15% Akku gegeben. Was ist das? Also, ich habe jetzt erst schon die eine ganze Stunde lang. Guck mal, was er schon eine Folie hat. Was ist das? Hatte sich von mir abgekommen. Was ist das? Achso, ich wollte doch ganz kurz seinen Pin mal direkt zeigen. Ja, zeig mal für die ganze Zeit seine Pin. Digga, was ist das? Man öffnet sein Handy. Langweilig, langweilig. Wobei, warte, oh, die Übersetzer können lustig sein. Warte. Da hat mir doch mal... Warum hat der Flugmodus an? Kann man hier nicht so eine Suchhistorie angucken? Ich weiß schon, was ich genau hier machen möchte. Nismatri heißt, guck nicht. Was suchst du denn? Face ID und Code. Das allererste, was ich machen werde, ist einfach mal seinen Code entsperren. Und mich als Face ID reinmachen. Weil da kann ich immer, egal wie sein Pin ist... Hallo? So. Hoffentlich merkt er das nicht. Okay, Face ID ist schon mal drin. Ich habe ein bisschen Angst übrigens, was er mit meinem Handy macht. Und jetzt werde ich hier Code ändern. 11111 ist der vorherige. Okay, wer hat einen schönen Code vor mich? Chrissy, die ersten 6 Zahlen, die einfallen. 4, 9, 7, 3, 8... Wann ist das schon? Einen noch. Eins. Was hast du gemerkt? Merkt ihr das? Ach, kacke, ich brauchst du, warte. 4... Ich weiß es nicht mehr. 6, 9, 3, 4, 7, 1. Das werde ich in 5 Minuten eh nicht mehr wissen. Ich höre nicht mehr auf. Nein, nicht aufschreiben. Wieso? Jetzt soll ich nicht mehr in sein Handy reingehen. Jetzt zu Ash. Ash, du wirst in dein Zimmer gehen. Es steht hier schon die ganze Zeit und belauscht uns. Tja, hast du jetzt den Code, Ash? 4, 9, 3, 6, 7, 1. Geh in dein Zimmer, Mann. Ich hab das nicht... Boah, wie könnte das mal auf Wurzel drauf gehen? Das heißt, danach Butterfly rückwärts? Was heißt das? Ich weiß es nicht. Was denn? Butterfly, was ist Butterfly? Schmetterling. Oh, egal. Ich glaub, hier ist eigentlich ziemlich... Oh, so ein Pulli brauchst du. Naja, ich glaub, das ist hier ganz schön langweilig. Oh, warte mal. Eine Kette. Oh! Du sollst das nicht lesen. Oh. Das war aber jetzt daneben. Warum? Naja. Weihnachtsgeschenk. Spiele hat er... Bestellbar ist der Nies, ich meine Vorhandel. Ja? Ich nehm Salat. Und mit Knoblauchsoße. Boah, ich glaub, ich nehm mir... Soll ich auch noch fragen, was möchte? Ne, ne. 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 Aha! Du sollst weggehen! Ich wollte das. Guck mal, er geht auch schon immer an. Du sollst hier an. Ja. Das war meine Idee. Was? Ja, nichts geht weg. Du hast ein Sachverhalt weg. Willst du das schnell von Samys haben? Was? Wir sind schon... Wir sind schon bei 50 Euro. Ich will nichts. Ich will nichts. Wir sind schon bei 50 Euro. Mach mal mit. Ich hab was auf deinem Handy gefunden. Echt? Also du bestellst Essen, richtig? Hä? Ich bestellte Essen. Nein, du bleibst hier. Jetzt hat er Angst. Du bleibst hier. Ich hab grad was auf deinem Handy gefunden. Das musst du sehen. Ey? Du antwortest da nur Mädchen in deinen DMs. Hä? Du hast deine DMs gelesen? Warum lügst du? Guck mal, ich zeig dir die Mädchenjungs. Die haben doch grad die meisten Jungs gelöscht. Guck mal, ganz kurz. Warum hast du die gelöscht? Das erste Mädchen? Ja, weil ich da grad geantwortet habe. Mädchen? Du hast ja geantwortet. Du schreibst dir mit. Mädchen? 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 Leute, da sind ganz viele Jungs dazwischen. Zwei. Nein. Und zwar, Leute, ich war so auf WhatsApp unterwegs. Nein. Du darfst dein WhatsApp nicht lesen. Keiner darf was. Ich bin auf WhatsApp gegangen. Und weißt du, was da ganz oben steht? Was? Gesperrte Chats. Da steht gesperrte Chats. Drückt da rauf. Und weißt du, was da ankommt? Nein. Ein Mädchen! Was? Was heißt gesperrter Scherz? Nein. Gesperrte Chats? Nein, da drückst du nicht drauf. Warum nicht? Hast du schon ein Gerücht? Ja. Was? Was hat er denn? Mach keinen Miesen. Was ist da? Du hast mir jetzt Angst, Max. Du meinst jetzt ernst halt. Er lacht nicht so. Er hat irgendwas gefunden. Das ist ohne Video. Weißt du, was da grad stand? Nein. Warte. Warte. Ich muss kurz die richtige Stimmlage finden. Sorry, Baby. Max, ey, schau auf. Er boxt auf. Das kann da gar nicht stehen. Das steht da nicht. Nein, da stand da nicht. Max, du lügst. Wer ist denn Baby? Das steht da nicht. Er macht Fakes oder so. Ich weiß es nicht. Er playt mich gerade. Ich kann dir das Video schon sehen. Mach ich wirklich. Das Video ist was? Er lacht sich dumm und der nicht. Das ist Video oder so. Ich weiß nicht, aber... Ich weiß davon nichts. Ist auch nicht dein Handy, ne? Ich weiß davon nichts. Ich kenn das Handy nicht. Und wie viele sind das? Eine. Eine? Eine? Es sind erst 12 Minuten rum. Wer ist das? Kenne ich sie? Nein. Was? Nein. Leute, ich mach jetzt mal was richtig ehrenloses. Und zwar, ich werde jetzt dein Handy sperren nochmal. Jetzt sperren. Mal gucken, wie viel ich schaffe. Erste Minute. Und das werde ich jetzt die ganze Zeit machen. Bist du, wie viel darf man denn? Also wie viel... Ja, es geht halt bis ein Jahr oder so. Krass. Das ist krass. Und wisst ihr, was ich noch gar nicht geguckt habe? Was mir aber brennend interessiert? Ash's Galerie. Ich will nicht wissen, was er da hat oder was er auch nicht hat. Hat er nicht Snapchat oder sowas? Was? Da geht immer ganz oft irgendwas an Nachrichten ein bei ihm. Echt jetzt? Also wenn ich das Handy einfach so bewege zum Beispiel. Aber ich weiß nicht von wem, was man da macht. Das hat er bestimmt schon gesichert irgendwie. Er hat es gelöscht. Echt? Er hat Snapchat gelöscht. Okay. Es ist nicht mehr auf seinem Handy drauf. Echt? Das ist komplett weg. Kann man Apps ausblenden? Das ist so frech, dass er... Ich gebe nächstes Mal Ash gar keinen... Er hat es gelöscht! Ist das da drin? 1000? Nein! Er ist einfach gelöscht. Es ist weg von seinem Handy. Ich lass mal wieder runter einfach. Äh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber gut, dass du es erwähnt hast, ey. Er hat sowas von was zu verheimlich. Okay, seine Galerie besteht aus Video, Video und da hat er was aufgenommen mit mir. Da waren wir bei Real ein bisschen shoppen für ein Video. Von wegen, die Tür ist offen. Ey, Ash! Leo verrät dich! Komm ruhig hoch! Was geht, Leute? Ich bin wieder da! Ey, warum hast du Snapchat gelöscht? Hab ich gar nicht! Man kann Apps ausblenden. Ich hab das nicht unterwegs. Ich hab so ein Snapchat gekauft gerade. Hä? Nein! Aber Snapchat ist doch nur so ein, wo man die Fotos irgendwie teilt, ne? Wo man sich entstellt? Aaaaaah! Was hat der da? Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö! Nö, 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 nö. Oh, es tut heute nicht weh, bitte. Okay, warte, 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 warte. Ich mach nichts, aber was sind raus? Merd! Raas! Oh, nein! Memories! Okay, ich bin aus den Memories raus. Okay, ich bin aus den Memories raus. Okay, ich bin aus den Memories raus. Was hat er denn da zu sehen? Du weißt schon, ich hab noch 40 Minuten. Ich hab dir 100 Euro gegeben dafür. Ich will meine Zeit auch benutzen können. So, jetzt gehen wir erst mal in seine Galerie. Schön nochmal gucken. Junge, hier sind nur Videos drin. Von wem? Von uns, aufnehmen. Es existieren nur Videos bei dir in der Galerie. Ist ja langweilig. Guck dir mal bei den gelöschten Bildern. Er hat bestimmt das Handy vorher präpariert. Was hast du alles vorher gelöscht? Gar nicht, wenn ich gelöscht. Du hast Snapchat gelöscht, du hast dann zuletzt gelöscht. Was noch? Nichts. Kann man den Apps ausblenden? Ja guck mal. Ich seh das. Er weiß alles. Welche Mädchen? Nein, das schickst du nicht. Snap ist es nicht. Oh nein. Was seid ihr denn jetzt? Was machst du? Das muss man nicht schicken. Max, das muss man nicht schicken. Max, das muss man nicht schicken. Max, schick das nicht. Ich hab's an jedem geschickt, mit dem er Flammen hat. Ich hab ein paar Probleme. Ich hab Probleme. Jetzt steht bei jedem. Bei jedem steht jetzt hat er Scream-Recording gemacht. In jedem Chat steht jetzt Scream-Recording drin. Dankeschön, guck mal hier. Scream-Recording, 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 Scream-Recording. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles. Ich muss noch kurz weg. Dein Handy ist gesperrt erst mal. 100 Euro her oder Handy wieder hergeben. Zack. Ich will nicht mehr. Was ist mit meinem Handy? Er bricht ab. Abbruch. Willst du mich verarschen? Wie lange ist die Zeit jetzt? Der hat das 15 Minuten gesperrt. Oh. Hast du sonst nichts Besseres zu tun gehabt? Habt ihr noch ein Handy? Ich nicht. Wir brechen ab, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal.